Musik Also, heute stelle ich euch als Mitglied des Monats Oktober vor. Sascha Koschella, seit 2009 bei uns im Verein, Mitzamaraton, mittlerweile Ultraläufer. Wenn ich mir Mitglieder wünschen könnte, in Form, dass man ein Bild malt, würde ich Sascha Koschella fotografieren. Absolut problemloses Mitglied, Spaßvogel des Vereins, Mitglied des Monats Oktober, Sascha Koschella. Nevermore Belown hat mein Leben nachhaltig verändert. Vielen Dank, Sascha. Gut. Ganz toll, Sascha. Ganz toll. Und hier im Ziel die besondere Leistung. Bärchen ist im Ziel. Herzlich Willkommen. Ich hätte gern mal das Bild, dass Bärchen und Shelley sich umarmen. Zwei Plüschis. Das wäre eine Geschichte. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. 3,8. 1,2. 1,2. 5,4. 5,5. 7,7. 9,7.